Das Spielzimmer und endlich viele Spiele. Wir schreiben das Jahr 2023. Dies sind die Abenteuer der Brettspielgarde, die mit seiner zweimiepel- und hundstarken Besatzung unterwegs ist, um neue Brettspiele und Prototypen auf Messen anzugucken und euch zu zeigen. Viele Kilometer von zu Hause entfernt besucht die Brettspielgarde heute die BerlinCon 2023 bei der noch nie zuvor jemand gewesen ist. Ich stehe jetzt hier bei Stefan von einer Man Games und den solltet ihr hoffentlich alle schon kennen, weil die haben das lustige Influencer-Spiel rausgebracht und auch noch so ein schönes, geschichtliche Spiel, die Baumeister von Köln. Und was uns natürlich besonders heute interessiert, wir haben ein ganz neues Spiel dabei, das kann man noch nicht so kaufen, was ich schade finde, weil optisch finde ich es schon mal sehr cool. Was ist das? Ja, hallo erstmal, das ist noch der Prototyp von unserem neuen Spiel Chronofall, ein kooperatives Spiel für ein bis vier Spieler und wir müssen nichts mehr und nicht weniger machen als den Untergang des Weltalls verhindern. Oh, das ist einfach zu schaffen, ne? Ja, was für einen lockeren Vormittag. Genau. Ja, es ist nicht ganz, denn das Spiel ist schon komplex, also wir würden sagen so gehobenes Kennerniveau und ja, wenn man zu zweit spielt oder Solo ist eine Stunde drin, aber mit mehreren Spielern sind für die ersten Partien gut zwei Stunden wird es schon dauern. Also das Ganze ist kooperativ dann, wie läuft das ab oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, also wir haben und das ist glaube ich ein ziemliches Charakteristikum dieses Spiels, wir haben ein großes Koordinatensystem von 20x20 Feldern, Hexagons und da entstehen immer mehr Rifts, das sind diese schwarzen Holzscheiben, die, man könnte sagen es sind schwarze Löcher, könnte man sagen, ne? Das habe ich jetzt auch gerade gedacht, ja. Ja, genau, ne? Und immer wo die auftauchen, da passiert gar nichts mehr, da kommt man nicht mehr durch, denn wir haben ein System von diesen blauen Hyperraumtunneln und da fliegen unsere Raumschiffe durch. Es gibt einerseits Frachter, die bewegen sich so mehr oder weniger halbautomatisch und die bringen Ressourcen von den außenliegenden Exoplaneten zur Erde. Das sind die kleinen Dinger mit den Würfeln drin, ne? Das sind diese kleinen hier, genau, eher richtig. Das sind unsere Frachter. Ja, das sind jetzt noch Teile aus dem 3D-Drucker, das wird später Holz sein, wir legen Wert darauf, dass wir so wenig Plastik wie möglich haben, sonst wird alles Holz werden. Und wir selber bewegen uns mit den Sparks, das sind zum Beispiel diese hier, also Spark ist der Abkürzung für Space Research Cruiser, ne? Also ein Raumerforschungskreuzer. Fliegen wir und wir müssen forschen, müssen diese Rifts scannen, wir können auch einzelne Rifts entfernen von den Tunneln, um die wieder frei zu halten. Es werden nämlich immer mehr Rifts, bis zu 100 liegen nachher dann auf dem Spielplan. Und wie weit das passiert, haben wir verloren. Wenn Rifts sich, wenn die sich doppelt treffen, also wenn ein Rift auf einem Feld platziert werden muss, wo bereits ein Rift liegt, dann sinkt die Raumentikität, das ist diese Skala hier. Dann, wenn die auf Null ist, haben wir auch verloren. Und mit unseren Ressourcen, die wir sammeln, die halt so ankommen, ihr seht jetzt hier, aktuell sind gerade ein paar Raumschiffe, ein paar Frachter kurz davor auf der Erde zu erscheinen. Einer hat schon abgeliefert, dann ist die Ressource hier eingebaut worden. Diese, das ist der Protektor, das ist die große Maschine, eine Raumstation, die muss erfüllt, die muss fertig gebaut werden, um dann halt das Weltall retten zu können. Achso, das heißt, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir gewonnen. Wenn alle Ressourcen da drin sind und wenn wir auf dem Technologiebaum, wir haben also auch ein Tech Tree hier, die oberste Stufe hier oben erreicht ist an einer Säule, der Rest hier, das kann man sich aussuchen, ob man das machen kann und will, aber wenn die oberste Stufe erreicht ist, das ist dann das Wissen, um diesen Protektor einzusetzen. Also entweder wir sind schneller mit dem Protektor bauen oder der Zerfall des Weltalls ist schneller, indem alle Rifts liegen oder die Raummaterialität auf Null gefallen ist. Wirklich sehr kooperativ. Die beiden Jungs sind sich permanent am Unterhalten hier, das geht auch gar nicht anders, weil man alleine nicht für sich nur irgendwas machen kann, sondern man muss die ganze Zeit sich wohl überlegen, was ist als nächstes hier dran. Und man zieht immer dann pro Runde eine Karte? Das ist auch so ein ganz besonderes Element dieses Spiels. Das sind die Ereignisse aus der Zukunft. Man sieht, was in der Zukunft aus einem zukommt und man kann aber in die Zukunft eingreifen. Man kann die Reihenfolge der Ereignisse tauschen und dadurch schauen, dass die Katastrophen, es sind alles Katastrophen, aber dass sie weniger schlimm sind. Und vielleicht kennt ihr das ja auch in anderen Spielen, dass man so ein bisschen in die Zukunft gucken kann. Aber hier kann man tatsächlich dann eben beeinflussen, wo was passiert. Aber es ist nicht kostenlos. Jede Beeinflussung der Zukunft bringt einen zusätzlichen Rift. Und die sind hier limitiert. Ich muss also abwägen, gemeinsam mache ich das jetzt noch oder nicht. Also klingt schon sehr herausfordernd. Das ist es auch. Ja, würde ich schon sagen. Also die Jungs sind gerade dabei, hier oben den Sektor zu verlieren. Da liegen jetzt schon sehr viele Rifts. Da kommt also jetzt schon keiner mehr durch. Ist da oben in dem Bereich nicht ganz so schlimm, weil da kein Planet ist. Aber zum Beispiel ist der Weg zu diesem Planeten hier jetzt schon abgeschnitten. Und die muss man eben frei schaufeln. Aber während man das tut, kann man nichts anderes machen. Man hat auch nur limitierte Energie. Man muss diese rosafarbenen Energiekristalle einsammeln. Da hat man aber manchmal keine Zeit für. Wenn ich dann dran bin, habe ich dann Aktionen, die ich machen kann? Ja. Und zwar ist das limitiert durch die Energie, die man auf dem jeweiligen Playerboard dann hat. Also auf jedem Spark Control Panel hat man halt die Energiekristalle, die man einsammelt. Und die kann man dann immer, das wird später ein Double Layer natürlich sein. Das ist jetzt provisorisch noch. Dann werden die halt pro Zug hier rüber geschoben und bringen mir eine Energie. Fliegen kostet, Scannen kostet, Rifts eliminieren, also einzelne Rifts wegmachen kostet auch. Dann kann ich noch Energie aufladen, in diesen Bereich hier schieben und damit besonders effektive Einmalaktionen machen. Allerdings, danach ist der Energiekristall zerstört. Er ist überladen. Muss ich mir also gut überlegen. Danach habe ich nämlich die Energie nicht mehr zur Verfügung. Auf jedem Control Panel kann man den Spielzugablauf nachvollziehen. Erstmal kommt ein neuer Rift. Dann kann man gegebenenfalls die Eignisse austauschen. Das oberste Eignisse wird ausgeführt. Dann kommen die eigenen Aktionen. Dann wird jeder Frachter um ein Feld vorangesetzt. Und dann wird alles resettet für den nächsten Zug. Kann man also hier ganz gut nachvollziehen. Außerdem hat jeder Player mit seinem Spark individuelle Fähigkeiten. Also man kann sich dann aus verschiedenen Charakteren was aussuchen, die alle besondere einzelne Fähigkeiten noch haben. Die einen können besser forschen, die anderen können besser eliminieren, andere sind schneller beim Fliegen und so. Und die ergänzen sich alle sehr gut. Die haben unterschiedliche Komplexitätslevels. Das steht auch drauf. Für Anfänger vielleicht eher den und so weiter. Wie lang ist die Spieldauer? Ja, also so eine Erstpartie mit vielen Spielern, die kann durchaus in zweieinhalb Stunden gehen. Aber wenn man dann geübt ist, würde ich sagen, ist man auch mit vielen Spielern bei anderthalb Stunden. Wenn man Solo spielt, ist man durchaus in 45 bis 50 Minuten durch. Ansonsten kann man es mit vier Spielern maximal spielen, ne? Ja, genau. Eins bis vier. So sieht es aus, ja. Und das erscheint ja jetzt auch in ein paar Monaten, ne? In ein paar Monaten, genau. Ja, genau. Da wir das alles so im Nebenberuf machen, geht es nicht so schnell mit der Entwicklung. Das Spiel ist jetzt soweit entwickelt, aber jetzt geht es an den Grafik-Satz. Teilweise haben wir hier schon Sachen fertig designt, anderes ist noch provisorisch. Und das werden wir jetzt Element für Element fertig stellen und dann die Druckdaten übergeben und es dann herstellen lassen. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das ganz erfolgreich wird. Herzlichen Dank. Auf jeden Fall ist es für uns so interessant, ne? Weil wir sind ja auch Science-Fiction-Fans und so und von daher. Und ich finde es ist auch, hat so ein paar, ja, einzigartige Fliffe dabei, ne? Und von daher, ja. Wir sind gespannt drauf und werden es vielleicht nachher nochmal testen. Super. Ja, dann vielen Dank, Walter viel Erfolg. Schönen Tag dir noch auf der Messe, ne? Dankeschön, ne? Alles Gute. Ciao. So, jetzt gucken wir uns nochmal einige Prototypen an. Auf geht's! 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 Bis zum nächsten Mal. Ich stehe jetzt hier bei dem Dirk in der Prototyp-Galerie und natürlich hast du einen Prototyp dabei. Was genau ist das? Flying Gang ist ein Prototyp über Piratenspiel, hat aber einen geschichtlichen Hintergrund. Das heißt, die Flying Gang hat historisch wirklich existiert, ist aber relativ wenig darüber dokumentiert. Also bist du bekannt wie die Black Pearl? Ja genau, weil die Flying Gang war im Zusammenschluss der bekanntesten Piraten in der Karibik. Bekannteste Mitglied ist Blackbeard gewesen. Man weiß halt, dass es ein Pirat war, aber dass das die rechte Hand der Flying Gang gewesen ist, weiß man zum Beispiel weniger. Und die Flying Gang hat es geschafft, ungefähr fünf, sechs Jahre lang ein eigenes Piratenreich zu gründen, was dann 17, 18 von der Royal Navy in Grand Bahama quasi aufgerieben worden ist. Und in dem Spiel geht es sich darum, die Spieler versuchen Piratenpunkte zu sammeln, indem sie Schätze bergen, Questen erfüllen, andere Spieler angreifen, Städte überfallen und so weiter und so weiter. Und der Spieler, der am Ende die meisten Piratenpunkte hat, geht am Ende des Spiels dann in einen Zweikampf gegen den Kapitän der Flying Gang. Jetzt weiß der Spieler natürlich, oder die Spieler wissen nicht, wie stark die Flying Gang ist oder der Kapitän, weil das wird über politische Karten gesteuert. Das heißt, es werden acht Karten im Laufe des Spiels gezogen. Da sind Effekte und Elemente drin, die historisch wirklich passiert sind, wie ein bestimmter Vulkanausbruch. Der hat dafür, dass Lebensmittelknappheit gesorgt, dadurch werden die Preise höher. Das aber auch zeitgleich einen Effekt hat, dass die Flying Gang stärker wird. Die Verstärkung, die ich mir als Spieler kaufe, kriegt die Flying Gang über diese Karten dann. Und dadurch ist das nicht vorhersehbar, wie stark der am Ende wirklich ist. Das heißt, man muss im Spiel versuchen, erst mal gegen die anderen anzukommen, dann sich quasi bestmöglich zu pimpen, damit man nachher den Endkampf quasi gewinnen kann? Richtig. Also der Spieler versucht über Handel und über Piraterie seine Barschaft zu vermehren, sein besseres Schiff zu kaufen, extra Ausrüstung, eine bessere Panzerung, Segel, Hängematten und so weiter, was man halt so kennt. Und spielt das Ganze semi-kooperativ, weil ich kann auch die anderen Spiele angreifen. Und wenn ich es dann geschafft habe, das beste Schiff mit den meisten Piratenpunkten, dann ist es so, dass ich dann halt nachher am Ende gegen die Flying Gang in den Enden Zweikampf eintrete. Und dann wird sich halt entscheiden, schaffe ich es, die Führung der Flying Gang zu übernehmen oder nicht. Ist es dann einfach zu schaffen? Ja, zur Zeit ist es 60-40 für die Flying Gang. Ah, okay. Soll ja nicht zu leicht sein. Ja, natürlich. Und wie darf ich mir den Spielzug vorstellen? Der Spielzug ist in Aktionspunkte unterteilt. Das heißt, wenn ich eine weiße Linie überquere, verbrauche ich einen Aktionspunkt, ziehe eine sogenannte Seebewegungskarte. Das kann ein anderes Schiff sein, neutrales, was ich dann sehe. Das kann, ja, zum Beispiel, ich zeige mal eine. Das wäre jetzt ein, zum Beispiel ein Wrack. Dann nehme ich dann eine Truhe, dann wird dann gewürfelt und dann kann ich halt sehen, wie viel Münze ich finde. Oder ein anderes Beispiel. Und wir benutzen dann quasi diese Schiffe, um uns zu bewegen, ne? Genau. Das ist dann zum Beispiel ein neutrales Schiff und dann kann ich mich als Spieler entscheiden, möchte ich das angreifen oder nicht. Der Text da drunter ist rein Flavortext, was historisch ist, zu dem Schiff selber, was ich gefunden habe. Und dadurch sammle ich halt dann A, Rohstoffe, Geld, Piratenpunkte, Ruhm und so weiter. Und wenn ich es dann geschafft habe, nachher als Spieler mit den meisten Punkten dazustehen, gehe ich halt in den finalen Kampf rein. Das Spiel sieht ja wirklich jetzt schon fertig aus, quasi. Was wird sich denn noch verändern? Also optisch wird sich jetzt nicht mehr viel verändern. Der Prototyp ist eigentlich in Druck. Ich habe es halt nur noch nicht zeitlich geschafft, das fertig zu machen. Aber das soll jetzt oder wird in den nächsten vier bis sechs Wochen passieren. Mein Ziel ist es, oder ich plane nächstes Jahr im März bzw. April damit auf Crowdfunding zu gehen. Kickstarter oder GameFound? Ja, GameFound wahrscheinlich eher, aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Dieses Jahr will ich rein auf Promotion gehen. Also ich habe jetzt schon relativ viele Veranstaltungen hinter mir und mal sehen, wo der Weg mich dann hinführt. Das heißt, man kann das auch, also hier kann man es ja auch schon probespielen, aber für die Leute, die dich jetzt hier nicht antreffen, kann man es wahrscheinlich auch das Spiel dann in Essen wahrscheinlich spielen. Ja, da bin ich auch, das ist richtig. Okay. Und weißt du schon, wie das preislich sein wird, das Spiel? Ja, also ich stelle mir vor eine Basisversion, die wird so um die 60, 70 Euro rumliegen. Und dann die Deluxe-Version, was dann hier jetzt aufgebaut ist, da liegen wir so, ich sag mal 80 bis 100 Euro dazwischen. Und der Unterschied sind dann wahrscheinlich die Münzen und die Marker und noch irgendwas? Richtig, also die Playerboards, das eigene Schiff, die sind dann double laid, das heißt, diese Holzspielsteine können nicht verrutschen. Bei der Basisversion werden diese Holzmeoples, werden dann einfach Pupptokens, die Münzen sind Pupptokens, aber ansonsten echte Münzen, beziehungsweise jetzt hier die ganzen Holzsachen, die da drin sind, das ist dann halt die Deluxe-Variante. Ja, sieht auf jeden Fall noch einen coolen Fluch der Karibik-Flair aus, das Ganze. Dankeschön. Ja, dann weiterhin viel Erfolg mit dem Spiel und ich denke mal, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, warum nicht? Dankeschön. Danke auch. Unendliche Weiten, wir schreiben das Jahr 2023 und ich stehe jetzt hier bei dem Martin bei einem neuen Spiel, was er dabei hat. Ja, sag doch mal, was zum Spiel, worum geht's da? Ja, wir sind Kommandanten, eine Raumschifflotte. Wir haben hier verschiedene Raumschiffe und Ziel des Spieles ist es, unsere Raumschiffe entsprechend zu landen. Also, Spielmechanismus ist Schnipsen. Ich nehme ein Raumschiff, versuche es hier zu landen. Schnipse, ist mir jetzt sogar geglückt. Genau, es gibt hier Begleitraumschiffe, die dürfen überall landen. Es gibt Mutterschiffe von Mond, Mars und Erde, die müssen entsprechend auf ihren Planeten landen. Schaffen sie das nicht, werden sie zerstört. Und das Ganze ist gegeneinander? Genau, das sind zwei Personen im Spiel mit variablen Startbedingungen, variablen Punkten und verschiedenen Aktionen hier, die ein bisschen Variabilität ins Spiel bringen. Man spielt über mehrere Runden. Eine Runde geht meistens sehr schnell, am Best of Five, Best of Ten, je nachdem. Wie ist ein Spielablauf, das heißt, ich nehme einfach eine Scheibe oder? Genau, also am Anfang wird festgelegt, mit wie vielen Raumschiffen man spielt. Und jedes Mal, wenn ich am Zug bin, nehme ich eine Scheibe, ein Raumschiff, spiele eben. In dem Fall jetzt kommt es aus dem Spiel, weil es hier in der gefährlichen Zone liegen bleibt. Dann kommt auch Gegenspieler dran, Mitspieler dran, so lange bis wir alle Raumschiffe gespielt haben, wo da eine Endbedingung eintritt. Okay, und dann hat wer gewonnen? Am Ende wird gewertet hier, nach diesen Punkten hier. Und wer in dieser Runde die meisten Punkte hat, gewinnt die Runde. Und dann spielt man eben zum Beispiel Best of Five, also wenn man drei Runden gewonnen hat, hat man das ganze Spiel gewonnen. Wie ist da die weitere Planung bei dem Spiel? Kommt das irgendwie auf Crowdfunding oder wie machst du das? Das ist jetzt mal das erste Mal, dass es an der Öffentlichkeit ist. Von daher hole ich mal Feedback. Wenn es grundsätzlich Interesse gibt, dann werde ich versuchen, es auf Crowdfunding zu bringen. Hast du da irgendwie einen Plan vom Zeitrahmen her? Ehrlich gesagt noch nicht. Alles offen? Ja, alles noch offen. Alles kann, nichts muss, ne? Genau. Sieht auf jeden Fall sehr spaßig aus und mal eine andere Art von Schnippspiel. Genau. Und ich denke mal, Science Fiction geht auch immer. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei dem Spiel. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß hier auf der Messe. Dankeschön. Danke. So, ich stehe jetzt hier bei Stefan und Vivek und die haben hier auch einen Prototypen heute dabei. Was genau ist das? Fangen wir bei dir an. Ja, also das ist ein Klimakrise-Brettspiel, das heißt The PowerPoint. Und in dem Spiel dann Leute spielen als Mitbürger eine Stadt, die steht vor einer Klima- und sozialen Krise. Also ein sehr aktuelles Thema eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. Okay, und ja, willst du was sagen, worum geht es in dem Spiel? Also was macht man? Also man hat am Anfang, also jedes Mal kann man die Stadt auswählen in einem Spiel und ein Szenario auswählen. Je nachdem ist die Spielsituation dann auch ein bisschen anders. Das heißt, in dem Fall haben wir jetzt Mobilität und Luft. Das heißt, wenn die Stadt wächst, wachsen dann auch die Anforderungen an Mobilität und gleichzeitig muss man sicherstellen, dass man genug saubere Luft hat in der Stadt. Und das ist dieser Spagat zwischen, ja, also Wachstum und was man dann tatsächlich für die Leute bereitstellen muss. Und in dem Fall muss jeder dann seine eigenen, seine eigene Fähigkeiten, seine eigenen Ressourcen nutzen, um Einfluss zu generieren in der Stadt und um Expertise zu generieren, damit man dann auch größere Lösungen dann später implementieren kann mit der Privatwirtschaft und dann mit der Regierung auch gut. Und das Ganze ist schon gegeneinander dann quasi, oder? Nee, das sind kooperative Spiele. Ach, das ist dann nur kooperativ. Habt ihr gesagt, jeder versucht jetzt auf seine Weise irgendwie was zu machen oder so? Genau. Und am Anfang spielt jeder ein bisschen so alleine und dann, wenn das Spiel so weiterläuft, dann kommen alle so langsam mal zusammen. Weil die Bauern dann diese Expertise, diesen Einfluss dann auf und dann geht es weiter, wenn alle dann alles auf den Tisch legen und gucken, okay, wie kann man das jetzt bis zum Ziel legen. Okay, machen wir mal bei dir weiter. Wie sieht ein Spielzug aus? Also, man fängt an, die verschiedenen Charakteren, die haben eigentlich vier Common Actions. Und die haben auch alle Fähigkeiten, ne? Genau, und jeder hat Fähigkeiten und damit kann man dann verschiedene Community Responses kaufen oder implementieren in dein eigenes Einflusssphäre. Und mit diesen dann Community Responses, die wir so nennen, dann können sie die Einfluss und Expertise, wie Vivik schon erwähnt hat, aufbauen und dadurch kann man dann die City Responses implementieren. Und die werden dann die Entwicklung der Stadt beeinflussen und man kann dann die Stadt dadurch verbessern. Man sammelt quasi Karten, also das ist ein bisschen Deckbuilding auch, also man sammelt die Karten, man nutzt die Karten und baut seine eigene Sphäre auf. Und dann, also zuerst fängt man an mit den grundlegenden Sachen, also zum Beispiel jetzt in dem Fall ein Expert Panel oder ein, also man macht Volunteering und sowas und dann sammelt so Ressourcen, also Ressourcen, die man dann später braucht für die mehr fortgeschrittenen Sachen. Also das heißt zum Beispiel jetzt in dem Fall dann E-Virkel Infrastruktur, also Ladeinfrastruktur und so weiter. Das heißt, dann geht es weiter Richtung größere Maßnahmen, die man dann später auch dann nehmen kann und umsetzen kann. Und dann sammelt man die Ressourcen drauf und zum Beispiel manche Rollen haben tatsächlich eigene Sachen, die sie selbst bestimmen. Zum Beispiel Politiker, kann dann die Regierung Sachen beeinflussen oder privatwirtschaftliche Akteure können dann Technologien kaufen und die auch dann spielen. Die sind dann hier, ne? Genau. Gibt es auch irgendwie Ereignisse, die ins Spiel kommen? Ne, das ist das Ereignis, das ist ein kurzes Spiel, deswegen haben wir jetzt nur ein zentrales Ereignis. Aber jetzt in einem längeren Spiel, das wäre dann so fünf, sechs Runden oder, genau, da kann man dann auch so, ja, also Krisen dann auch ins Spiel bringen, genau, also ökonomische Krisen. Ich hab gedacht, es kommen vielleicht Klimaaktivisten mit rein und machen es noch schwerer oder so. Ja, natürlich, ja, haben wir viele Ideen für Erweiterungen und, äh, genau. Also das ist ja auf jeden Fall sehr spannend, so eine Koalition und sowas, also kann ja auch ins Spiel, also das kann ja auch mit der Stadt quasi dann, ja, vorgegeben sein. Also, dass solche Ereignisse in das Spiel kommen und das Spiel auch geeignet ist. Wie produziert ihr das Spiel? Wie ist so der Plan? Also, äh, wir planen einen Kickstarter für nächstes Jahr im April. Ähm, also, ja, bitte dann uns folgen und, äh, hoffentlich auch für beiden, äh, auf meinen Kanal. Ähm, aber ja, vor der, vor der Hand müssen wir natürlich, ja, alles mit der, ähm, Manufacturers und, äh, Lieferanten und alles, äh, in Ordnung bringen, aber, ja, hoffentlich, und dann, äh, ja, nächstes Jahr werden wir ein spannendes Kampagne haben in der Kickstarter. Was geht noch anders beim richtigen Spiel da? Ja, also, ähm, ich glaube allgemein, dass wir, äh, vielleicht ein, ein, ein Künstler auch reinbringen, also, ähm, also, ähm, das ein bisschen das mehr einig macht. Von der Grafik dann, oder? Ja, vielleicht besser Materialen, bessere Grafiken, die ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ähm, außerhalb ist kräftiger vielleicht noch, oder? Ja, also, wir, wir haben eigentlich gedacht an ein, äh, so ein Graffiti-Thema. Ja, achso. Ähm, 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 äh, ja, das wollen wir auch reinbringen, also, äh, etwas ein bisschen mehr Farbig, ähm, auch, dass wir alle die verschiedenen Aktionen und Strategien und Mechanismus, äh, fertig haben, natürlich, ähm, und dann, wenn wir soweit sind, können wir auch die Erweiterungen reinbringen, wie wir schon erwähnt haben. Ja, ja. Also, können auch wie Naturkatastrophen reinbringen, äh, globalen Schocks, äh, andere Charakters, und Krisenszenarien, äh, damit man spielen kann, ähm, das wollen wir einfach alles viel mehr erweitern, damit wir können wirklich ein komplettes, weltweites, ähm, ja, Thema in dieses Spiel reinbringen. Ja, klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, wir werden bestimmt in Kontakt bleiben, auf jeden Fall das Ganze dann mal anschauen auf Kickstarter. Ja, cool. Dann euch beiden weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. So, jetzt stehe ich hier bei dem Florian und der hat auch ein ganz interessantes Spiel hier, vor allem, da sind schon richtig coole Figuren hier drauf. Um was geht's da? Oder was ist das für ein Spiel? Ja, Heroes of Xander ist ein Stichspiel, aber eigentlich nur auf den ersten Blick. Bei Stichspielen sind ja viele Leute oftmals schon abgeschreckt, aber es spielt sich eigentlich mehr wie Magic ohne Ressourcenkosten. Aha. Also man kann alle Karten legen, die man möchte. Also Michael, was für dich? Ja, wahrscheinlich. Genau. Und im Prinzip unterscheiden sich die Karten hauptsächlich in drei Gruppen. Es gibt hohe Karten, die sind einfach hoch, die sind gut, um den Stich zu gewinnen. Es gibt niedrige Karten, damit die aber trotzdem was machen, haben die Effekte. Und damit man mit nur hohen Karten nicht einfach durchrennt und das Spiel gewinnt, haben nur die mittelhohen Karten Diamanten, die dann im Endeffekt Siegpunkte geben. Das Spiel kann man zu zweit spielen, aber auch mit drei, vier oder fünf Spielern. Es unterscheidet sich im Duellspiel zu zweit vor allem dadurch, dass man nicht nur eine Karte pro Runde spielt, wie bei den meisten Stichspielen, sondern dass man zwei Karten legt. Wenn ich beginne, lege ich eine Karte, dann der Gegner, dann wieder ich und dann wieder der Gegner. Würde der Gegner den Stich gewinnen, würde er rauskommen, erste Karte, ich die zweite, er dritte, ich vierte, dann habe ich deutlich mehr taktische Möglichkeiten, die wichtigen Stiche zu versuchen, selbst zu gewinnen oder meinen Gegner daran zu hindern, dass er seine gewinnen kann. Damit man auch weiß, wie man gewinnt, bekommt jeder Spieler zu Beginn einen Helden, oder in der Regel drei Stück, man sucht sich einen aus und den spielt man dann. Der Held ist zunächst verdeckt, damit der Gegner nicht weiß, was ich habe und welche Fähigkeiten ich nutzen kann. Und zu jedem Zeitpunkt im Spiel kann ich mich entscheiden, meinen Helden umzudrehen und damit die Aufdeckfähigkeit zu aktivieren. Später kann ich nochmal die zweite Fähigkeit des Helden nutzen, um entweder wieder ein einen Input auf das Stichgeschehen zu nehmen oder um Karten zu ziehen, die Bibliothek zu mischen und so weiter und so fort. Dann gibt es die Möglichkeit, bei Helden von Xander, dass man die schlechteste Position im Kartenspiel ist ja immer die erste. Wenn du das erste rauslegst, weißt ja nicht, was nach dir noch kommt. Deswegen bist du ein bisschen dadurch kompensiert, dass du die Möglichkeit hast, als Startspieler immer einen anderen Spieler am Tisch zum Duell heraus zu fordern. Das heißt, jeder Spieler, sag ich vor euch heraus, legen wir beide eine Karte verdeckt hin. Von unserer Hand legen wir verdeckt ab, bevor wir den Stich spielen. Wir decken die Karten auf und der Spieler, der die höchste Karte vorgezeigt hat, darf seinen Helden ein Feld weiter vorbewegen und dadurch triggert der Effekt, der auf der Lane abgebildet ist. Er macht seine Karten immer größer, er gewinnt Siegpunkte oder lootet Karten. Und je nach Held, jeder hat einen eigenen Lane und das hier sind eigene Fähigkeiten. Genau. Wenn ich am Ende einer Runde das Spiel gewonnen habe, dann ist das Spiel vorbei, wenn ich kann halt ein neues Spiel. Bei wie vielen Leuten kann man das spielen? Genau, zwei bis fünf Spieler. Dauert eigentlich immer ungefähr 30 Minuten. Wenn man neuer ist, vielleicht nochmal 45. Damit man mit zwei Spielern kann man mit Lane spielen, muss aber nicht. Ab drei Spielern würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Es macht einfach mehr Spaß, es ist nochmal mehr Action. Wer will nicht seine coolen Minis bewegen, ne? Genau. Jetzt wollte ich gerade fragen, was hat es mit diesen Figuren auf sich? Die sind im Spiel mit dabei dann, oder? Genau. Die sind im Spiel mit dabei und ich habe auch gleich direkt so eine fette Anleitung mit dabei. Und als allererstes, bevor ich dann quasi so richtig mit den Figuren spielen kann, muss ich sie erstmal aufbauen. Also ein bisschen Lego-Feeling mit dabei quasi. Genau. Legos dürfen wir ja nicht sagen. Ja, natürlich. Klemmbausteine. Genau. Das sind ja Klemmbausteine. Und nachher habe ich meine coolen Maxi-Figuren. Das hätte wahrscheinlich auch irgendwie blöde kleine Karte und Marker getan oder so. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen fette Figuren. Und genau. Deswegen haben wir uns für die Klemmbaustein-Figuren entschieden. Obwohl ich finde die hier niedrig da. Das wäre dann so meins. Ja. Das ist auch eine Influencer. Wir haben zwei Influencer-Helden dabei. Achso. Das hier ist Stellasoul. Das ist die Freundin vom Held der Steine. Achso. Okay. Und das hier ist Jonny von Jonny's Welt. Mhm. Der macht uns dann auch noch... Und das ist dann alles quasi in dem Spiel schon mit dabei? Genau. Es gibt zwei Sets, die man kaufen kann. Weil wir wollen jetzt zum einen auch die puren Prät- und Kartenspieler abholen. Aber eben auch die Klemmbaustein-Leute. Ja, ja. Genau. Deswegen haben wir ein kleines Set mit zwei Helden, zwei Lanes. Kartenspiel, Aufbauanleitung, alles und so weiter. Ja, cool. Und ein großes. Da sind alle sechs Helden drin. Spiele-Macken. Das füllt dann aber schon quasi zwei klassische 30x30 Ever-Dell-Boxen. Ach krass. Das ist richtig Material. Das sieht ja jetzt schon eigentlich fertig aus. Wird da noch irgendwas verändert in deinem Spiel? Ähm... Ja, die Spiele-Matte ist jetzt... Die haben wir für Messe gemacht. Ach so. Das ist für zwei Spieler. Wir teilen die noch, dass wir zwei Einspieler-Spiele-Matten in den Sätzen mit drin haben. Ansonsten Druckdaten nochmal Finale überarbeiten während der Kampagne dann. Dann kann es eigentlich schon losgehen. Ja. Das Ganze kommt jetzt auf Kickstarter oder wie ist das geplant? Richtig. Das Ganze kommt auf Kickstarter. Ende August, 29. August bis 19. September. Check. Wenn man jetzt das Spiel mal testen will und nicht hier ist, wo kann man das noch spielen? Am besten einfach über Instagram anschreiben. Ja. Wir werden da, oder Facebook, wir werden da noch ein bisschen mehr jetzt in die Community gehen in die nächsten Wochen. Das Spiel ist schon auf Tabletop-Simulator hochgeladen, installiert. Wir schauen, dass jemand vielleicht dort rüber gehen kann, um das ein bisschen zu skripten. Die meisten Sachen, das ist von der Spielmechanik her super einfach. Mhm. Aber ihr seid bestimmt auch auf der nächsten Messe, auf dem Spiel, zum Beispiel in Essen. Seid ihr da auch? Dieses Jahr liegt das richtig ungünstig für uns. Ah, okay. Das ist unser erstes Spieleprodukt jetzt. Mhm. Weshalb wir natürlich hoffen, dass es fantastisch fandet wird, aber genau wissen wir es natürlich noch nicht. Und die Kampagne endet kurz vor dem Essen-Spiel. Der Plättchenmanager ist vielleicht schon offen bis dahin. Aber wenn der noch nicht offen ist, macht es für uns wenig Sinn, da auf die Lanes zu gehen. Naja. Wisst ihr schon, wo das Preis nicht liegen wird? Das Grundspiel mit zwei Helden, zwei Lanes und dem Kartenspiel selbstverständlich darf nicht mehr als 39 Euro kosten. Und die große Box All-In kriegen wir für 99 Euro hin. Die Steine sind alle Goprix-Qualität. Und wir haben immerhin ein Klemmbaustein-Set mit zusammen 1600 Steinen. Das ist für 99 Euro eigentlich richtig billig. Michael, das darfst du dann zusammen puzzeln. Ja. Oder zusammenbauen. Ich bin mit sowas nicht gut. Genau. Aber da gibt es dann eine ausführliche Anleitung und so. Genau. Super. Ja, dann vielen Dank. Dann erstmal viel Erfolg mit dem Projekt. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und dann viel Spaß hier noch auf der Messe. So machen wir das. Vielen Dank. Tschüss. Sehr cool. So, jetzt stehe ich hier bei dem Eike. Den solltet ihr schon kennen, weil den haben wir hier letztes Jahr kennengelernt. Und sein Spiel hat sich jetzt schon ein bisschen weiterentwickelt. Erstmal, wie geht es dir hier auf der Messe? Sehr gut. Super. Richtig viel los. Viel Action. Viele coole Leute. Macht richtig Spaß. Stimme ist noch da. Also erstmal kann ich mich noch nicht so beschweren. Alles gut. Das nutzen wir aus. Erzähl doch mal ganz kurz was zu deinem Spiel. Es hat sich ja jetzt schon ein bisschen mehr getan bei dem Spiel. Ja auf jeden Fall. Also das Spiel selber mit Haller ist halt, wie der Name ja schon sagt, so Midgard und Valhalla so ein Mischmasch. Es ist so ein Wikinger Fantasy Spiel. Also Wikinger angelehnte Fantasy Welt mit eigenen Göttern, eigenen Dämonen, eigener Lore und so weiter. Es ist ein Dungeon-Crawler, ein kooperativer. Also man spielt voll kooperativ gegen das Spiel. Für ein bis vier, beziehungsweise mit Erweiterung dann ein bis fünf Spieler. Und was das Spiel halt ausmacht ist, neben dass es eben auch eine umfangreiche Lore hat, eigene Charaktere um sich die Geschichte dreht und weiterentwickelt so. Während der Kampagne ist eben, dass das Spiel selber nachher gerade im Kampf, was der Hauptteil des Spiels ist, dann ein sehr strategisches, sehr taktisches Spiel ist, was keinerlei Zufallselemente dann nachher im Kampf selber mehr hat. Also man braucht kein Wirr für Glück. Deswegen liebe ich dieses Spiel. Genau, ganz genau. Also das, was mich auch manchmal ärgert, ich denke mir ewig lang einen Plan aus, der richtig gut ist. In meinen Augen jedenfalls. Dann kommt ein Würfel, würfelt eine Eins und das war alles über den Haufen geworfen. Das passiert hier nicht. Wenn er einen guten Plan macht, dann wird der gute Plan auch kommen. Wenn er einen schlechten Plan macht, wird der schlechte Plan leider auch kommen. Aber man ist komplett seines eigenen Glückes Schmied. Wie läuft so ein Spielzug ab? Im Endeffekt, also ich gehe jetzt mal, also grundsätzlich das Spiel selber hat so vier Phasen. Also man exploriert erstmal den Dungeon. In der Zeit sind auch noch keine Gegner da. Das ist eher so ein Choose Your Own Adventure Modus, wo man Story mitkriegt, wo man Sachen findet, wo der Dungeon größer wird, weil man neue Teile des Dungeons dahin platziert. Irgendwann stößt man auf Gegner. Dann gibt es nur eine Vorbereitungsphase. Das ist die zweite Phase. In der gebe ich dann Ressourcen aus und baue Fallen auf. Das sind die Fallen übrigens. Genau, da kann man die Fallen dann sehen. Die haben dann teilweise auch so Upgrades da drunter liegen. Das habe ich jetzt hier noch nicht. Aber man kann auch den Dungeon noch mit Runenmagie befestigen und so. Hier vorne kann man sich so Items kaufen. Dann gibt es so eine Händlerin an der Oberfläche mit ihrem Wagen, die einem dann Sachen verkauft. Genau, aber dann, wenn man damit dann vielleicht diese Ressourcen ausgeben, geht es halt in den eigentlichen Kampf rein. Das heißt, dann spawnen nochmal die Gegner. Das ist dann noch einmal ein bisschen Zufall, weil wo die spawnen, also welcher Gegner auf dem Feld dann spawnt, ist ein bisschen zufällig. Aber danach beginnt dann der Kampf und der Kampf ist komplett dann deterministisch. Also der Kampf geht dann so lange, bis ich auch gewonnen habe oder verloren. Und in der Kampfphase selber ist es dann eben so, ich habe dann immer erst die Gegner, die dran sind, die machen ihre Aktionen. Gegner können dann verschiedene Ziele haben. Es gibt welche, die wollen immer angreifen, gucken, dann können sie den Spieler angreifen. Aber manche wollen lieber nur Fallen kaputt hauen. Andere wollen eh nur so ein Tor, was ich beschützen muss, kaputt hauen. Weil so ein bisschen die Story ist halt, dass die Dämonen in diesen Dungeons versiegelt worden sind, damit die Dämonen da drin bleiben. Das sieht man dann hier oben. Da gibt es so einen Würfel mit so einer Lebensenergie auch. Und dieses Siegel, das gilt es quasi um jeden Preis zu beschützen. Weil wenn das jemals kaputt geht, dann können die Dämonen nach oben. Dann gibt es den nächsten Dämonenkrieg und das ist nicht so gut. Also das wollen wir um jeden Preis verhindern. Und diese Dämonen kommen immer nach und nach dann weiter auch in Richtung des Siegels, wenn sie nichts angreifen können. Spätestens wenn sie da sind, werden sie das halt kaputt haben. Und wir aktivieren quasi immer erstmal alle Gegner. Dann aktivieren wir alle Fallen. Das heißt, die Fallen greifen dann die Gegner, die in der Reichweite sind, an. Und dann kommen wir halt als Helden dran und können eben unsere Aktionen machen. Und müssen uns dann eben auch abstimmen, wer macht was, um jetzt den Gegner bezwingen zu können. Wie kriegen wir genug Schaden hin, dass der auch wirklich besiegt wird. Und das ist ja besonders cool auch, ne? Weil man das nämlich mit diesem Board hier macht. Und dass man immer sich quasi ein... Ja, ist ja dummer. Ja, genau. Also man hat quasi immer so zwei Reihen. Das hier ist jetzt ein relativ einfacher Charakter. Aber hier sieht man das eigentlich auch ganz gut. Man hat quasi hier immer eine obere Reihe, in der ich eine Aktion mache. Und dann eine untere. Und der Witz dabei ist eben, dass ich diesen Stein, den ich da habe, auch immer bewegen muss. Das heißt, ich kann ihn nicht auf dem gleichen Feld belassen. Und das wiederum führt dann eben dazu, wenn ich jetzt eine neue Aktion mache, dass ich... Wenn ich jetzt in dieser Runde zum Beispiel auf zwei gelaufen bin, kann ich nächste Runde keine zwei mehr laufen. Weil ich den ja versetzen muss in meiner nächsten Runde. Muss also eine andere Aktion machen. Ich muss auch immer erst oben, dann unten machen. Und so bin ich auch immer so ein bisschen limitiert. Ich kann mich eigentlich meistens erst bewegen und dann kämpfen. Es gibt auch Helden. Also einen Helden gibt es, der kann auch unten sich bewegen. Der kann sozusagen angreifen, dann schnell weglaufen. Was ihnen wiederum hilft, dann Schaden auszuweichen zum Beispiel. Und so muss ich eben gucken, wie gehe ich selber vor. Ich muss mich aber auch gemeinschaftlich abstimmen mit anderen. Es gibt zum Beispiel dann Thora, die Anführerin. Die ist jetzt leider hier auf den Kopf gedreht, aber ich kann die machen. Da kann man zum Beispiel auch Sachen sehen. Die kann dann andere kommendieren und kann denen dann sagen, hey, beweg dich mal, Junge. Und dann kann ich eben anderen Helden bewegen. So kann ich dann eben anderen helfen, die vielleicht gerade keine Bewegung haben oder wenig Bewegung haben, dass sie ein bisschen schneller sind. Oder kann die auch angreifen lassen. Und so habe ich eben diese Synergien zwischen den Helden eben auch. Man kann ja die Helden auch verbessern. Die sind ja auch noch freie Slots, ne? Genau. Sieht man hier so, dass dieses Ding ist da drauf gelegt. Das ist jetzt ein Skill, den man gelevelt hat. Man kann dann noch weitere Skills leveln. Dann kommt irgendwann Level 2 Skill und dann irgendwann sogar Level 3, die dann noch drüber kommen. So verändert sich eben auch das Tableau. Und man hat auch noch Items, die dann nochmal beeinflussen, was man machen kann an seinem Zug. Das sind Sonderaktionen, die man dann hat. Mit den Items benutzt man einmal, dann sind die für den Kampf erstmal weg. Und es gibt hier oben auch noch so Ultimate-Fähigkeiten. Die sind dann besonders starke Fähigkeiten, die man auch extra zu allem, was man eben auch eh schon gemacht hat, noch zusätzlich machen kann. Aber auch die blockiere ich dann eben und dann sind die weg. Und ich kriege auch die erst nach dem Kampf wieder. Also muss ich da auch eben gucken, was ich damit tue. Und nach der Kampfphase? Nach der Kampfphase gibt es dann eben diese Belohnungsphase. Also ich muss alle Gegner bezwungen haben. Dann ist die Kampfphase vorbei. Oder ich habe verloren. Aber gehen wir mal davon aus, wir haben die alle bezwungen. Dann geht es in eine Belohnungsphase. Da kann man dann eventuell Belohnungen für bestimmte Side-Quests kriegen, die man eventuell hatte, irgendwie die man bekommen hat. Man schaltet dann wieder ein paar Skills frei oder neue Sachen auf seinem Tableau, dass man zum Beispiel die Ultimates wieder kriegt oder so. Oder die Items kriegt man eben auch wieder zur Verfügung. Und man bekommt dann eben, man levelt dann eben auch. Da kriegt man eben die eben erwähnten Skills dann. Leveln funktioniert eben so, dass man so ein Pool an Skills. Also es gibt dann pro Skill Level 1, 2 und 3 immer 15 Stück. Und man zieht aber nur Spielerzeit und 2. Und dann würden wir eben die aufdecken und würden gemeinschaftlich dann diskutieren, wer levelt jetzt welchen Skill von uns sozusagen. Wer kriegt den oder wer nicht den. Jeder bekommt dann immer einen Skill dazu. Sodass man da auch wieder kooperativ entscheidet, wer kriegt welchen Skill quasi aus dem Set jetzt raus. Und dann geht ja die Story weiter. Das heißt, wir spielen ja zusammen kooperativ ein Abenteuer durch, müssen was Spezielles schaffen. Genau. Dann geht es quasi in die nächste Exploration erstmal wieder. Und man hat dann sozusagen diese 4 Phasen inklusive Belohnung. Und danach geht es wieder mit der Exploration weiter, mit der Phase 1. Und grundsätzlich ist es eben so, diese Exploration, beziehungsweise diese Phasen, die macht man dann in Summe dreimal durch. Also so ein Zyklus, das wiederholt sich dreimal. Und nach dem dritten Kampf ist das Ganze eigentlich fertig. Und dann gibt es einen Epilog mit der Story, was dann eigentlich passiert ist. Hängt eventuell auch davon ab, wie man so ein Szenario geschafft hat, was dann noch rauskommt. Und dann geht es eben, schaltet man vielleicht noch neue Sachen frei, die man dann als Belohnung kriegt. Und dann geht es eben in der Story, in der Hauptstory auch weiter ins nächste Szenario sozusagen. Und dann spielt man das nächste Szenario dann weiter. Genau. Und ich sage euch, wir konnten das Spiel ja schon testen. Es macht wirklich süchtig. Und was wir besonders cool finden ist, in den ersten zwei Kapiteln lernt man ja, wie das Spiel funktioniert. Genau. Also ich habe so ein Tutorials gebaut, damit man möglichst auch Schritt für Schritt herangeführt hat. Also wenn man das Spiel spielen will, man liest nicht erst ein 20-zeitiges Regelwerk, oder wie viel das jetzt ungefähr hat, sondern man macht einfach nur das Kampagnenbruch auf und eigentlich spielt man quasi direkt los mit der Story vor. Und dann macht man einfach Schritt für Schritt genau das, was da passiert und ist in 20 Minuten oder sowas eigentlich am Lospielen dann. Das Spiel ist ja quasi jetzt fertig. Wird noch irgendwas verändert werden? Also die Komponentenqualität wird sich eben teilweise noch etwas verändern. Also manche Sachen sind momentan noch ein bisschen dünner, die werden halt Cardboard werden. Und es gibt noch so ein paar Sachen, die ich momentan am gucken bin, wie ich die vielleicht noch ein bisschen hochwertiger machen kann. Das will ich jetzt momentan noch nicht zu sehr spoilern, weil A muss ich gucken, ob es funktioniert. Ist ja auch eine Kostenfrage. Aber vor allen Dingen auch, kann ich da noch ein bisschen was zeigen in Kickstarter, auch was es da noch Neues gibt und Schickes gibt. Und eine Sache, da weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe. Ich höre momentan mal nach, was ich am liebsten machen würde. Ich bin ja großer Neopren-Fan. Ob ich nicht vielleicht das hinbekomme, zumindest als ein Add-on für die Leute, die es wollen, die Playerboards als Neopren hinzubekommen. Das fände ich total toll. Ich weiß aber noch nicht, ob das machbar ist. Deswegen will ich es noch nicht zusagen. Aber wenn ich das hinkriege, wäre das für mich persönlich so ein kleiner Traum, dass ich das als optionales Upgrade eben anbieten könnte. Weil ich weiß, ich würde das Spiel dann nur noch mit diesen Dingern spielen. Aber mal schauen. Das wären so ein paar Sachen, wo man dann noch guckt. Und es gibt halt eben noch so eine Erweiterung dazu. Also es gibt das Core-Game, was ja die komplette Saga und alles drin hat. Dann gibt es dann noch eine Erweiterung mit zwei Charakteren, die dann auch noch mal vier Klassen jeweils in Summe haben. Und dann gibt es noch mal eine eigene kleine Saga damit zu, die sich um einen der Charaktere dreht. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das Ganze kommt jetzt bald auf Kickstarter. Wann geht es los? Genau, 14. August ist der wichtige Termin. Ab 17 Uhr öffnen wir unsere Pforten. Und dann, ja, dann geht es los. Dann wird es richtig spannend. Kannst du schon was zu den Preisen sagen? Noch nicht so richtig. Also ich bin gerade noch mal dabei. Ich habe eben noch einiges an den Komponenten geändert und habe gerade eine neue Preisanfrage noch mal rausgeschickt an die Produzenten dann, um zu gucken, wie teuer die werden. Also was ich sagen kann, ist, dass ich versuche, das Core-Game auf jeden Fall unter 100 Euro zu halten, damit das eben auch ein fairer Preis und ein Value ist. Genau, aber final, final wissen wir es dann, wenn ich soweit bin. Aber das ist so das, wo ich eigentlich hin will mit dem Ganzen. Aber ansonsten ist alles drin. Die Miniaturen sind auch dabei, aber nicht angemalt natürlich, ne? Genau, angemalt sind die nicht. Aber genau, die ganzen Minis. Es gibt ja noch diverse Fallenminis, die man jetzt hier nicht sieht. Da sind noch viel, viel mehr Miniaturen natürlich drin für die ganzen Fallen. Und ganz, ganz viele Standys eben noch für die ganzen Gegner und so. Da gibt es auch noch viel, viel mehr als hier zu sehen sind. Das sind ja über 40 Gegner, die im ganzen Spiel dann drin sind. Genau, da ist noch einiges mehr drin. Und auch noch so ein paar versteckte Sachen, die ich momentan noch nicht genau erzählen will. Aber man packt noch so ein paar Sachen aus während der Kampagne. Es bleibt spannend. Wenn euch das Spiel interessiert, dann auf jeden Fall viel zu in August merken. Genau, dann geht's los. Dann geht's los. Dann wünschen wir dir viel Erfolg. Ja, danke. Und dann noch viel Spaß hier auf der Messe. Dankeschön. Jo, danke euch auch. So, ich stehe jetzt hier bei dem Timon. Wir haben gerade ein bisschen gewitzelt wegen König der Löwe. Deswegen habe ich jetzt die ganze Zeit Hakuna Matata im Kopf. Genau. Also gute Stimmung ist hier. Ja, es ist auf jeden Fall hier auch ein neues Spiel dabei, ne? Ganz genau. Genau, was ist das? Ja, das Spiel nennt sich Syncrenite Foundation. Es basiert auf einem Roman, den ich geschrieben hatte in meiner Jugend. Und es ist im Grunde genommen so, dass wir hier eine Welt haben mit drei großen Nationen, die sich in ihrer Ideologie völlig untereinander unterscheiden. Tychus ist industrialisiert. Ried dagegen eher traditionell landwirtschaftlich. Aber nur das ganz besonders, denn wir haben die meisten Syncrenite. Das sind diese Kristalle. Syncrenite ist eigentlich vergleichbar mit dem Erdöl unserer Welt. Das heißt, ein Energieträger, der extrem wertvoll ist. Und wir als die Syncrenite Foundation sind Spieler, die über diesen Nationen drüber stehen. Das heißt, wir versuchen quasi unseren Einfluss zu mehren, indem wir Einfluss nehmen auf diese Welt. Und das tun wir, indem wir vier Phasen in diesem Spiel spielen. Zum einen die Konfliktphase, in der wir unsere Privatarmee in Form von Pokerchips quasi einsetzen, um Gebiete zu claimen. Natürlich können andere Spieler ebenfalls Gebiete claimen, indem sie uns beispielsweise überbieten und uns verdrängen. Das ist quasi die erste Gameplayphase. Dann wird geerntet. Alle Ressourcen dann in den Beständen der Spieler. Und dann können diese Ressourcen ausgegeben und investiert werden. Beispielsweise können sie am Markt verkauft werden. Der Markt ist variabel. Mal sind die Preise höher, mal sind die Preise niedriger. Und dann kann ich beispielsweise Beamte oder die Helden dieser Welt bestechen und auf meine Seite ziehen, um dann ihre Gefekte einzusetzen. Die mir beispielsweise zusätzliche Armeen geben oder dergleichen. In der dritten Phase gibt es ein Parlament. Im Parlament werden nämlich Gesetze verabschiedet. Die Gesetze können meiner Strategie hilfreich sein. Oder halt eben auch schädlich. Abhängig davon möchte ich vielleicht versuchen, die Gesetze durchzubringen. Wichtig. Es ist kein demokratisches Parlament. Ich kaufe mir so viele Stimmen, wie ich kann und nutze so viel, wie ich kann. Ja. Diese Gesetze haben allesamt, ich wecke es einmal auf, vier Sowjets. Zum Beispiel hier plus vier für die Grüne Krise. Die Krisen sind fünf Stück in der Zahl. Mal hier einmal Revolution. Das heißt, ich bringe die Demokratie in die Bedrohle und versuche quasi sie zu Oberflug. Triage ist quasi eine Seuche, beziehungsweise eine Hungersnot. Krieg brauche ich glaube ich nicht erklären. Monopol ist ein ökonomischer Sieg und Tyrannei ist ein Story-Sieg. Es ist so, dass wir diese Krisen durch unsere Handlungen triggern. Weil jede Karte hat Einfluss auf das Spielgeschehen. Jede Karte zieht diese Dinge hoch. Wenn irgendwo zehn erreicht ist, wird das ausgelöst. Und dann kann ich in der Lage die Siegbedingungen in meiner Hand einzusetzen. Das heißt, wenn ich beispielsweise die Revolution Krise triggere, dann kann ich versuchen mich zum Kanzler wählen zu lassen und Diktator zu werden. Und dann halt entsprechend diese Welt quasi zu übernehmen und an mich zu weisen. Und das Besondere ist halt, dass je nachdem wie das Spiel gespielt wird, unterschiedliche variable Siege quasi immer auch nacheinander triggern. Und auf der anderen Seite gibt es keine Player Elimination, sondern wenn wir uns gegenseitig schaden, nehmen wir uns gegenseitig Siegbedingungen weg. Das heißt, wir limitieren die Handlungsoptionen der anderen. Wann ist das Spiel zu Ende? Wer hat gewonnen? Also es ist so, dass das Spiel dann zu Ende ist, wenn einer es schafft, eine Siegbedingung zuerst zu erfüllen. Gespielt wird ca. 30 Minuten pro Spieler, wenn man natürlich auch einmal das Regelwerk verstanden hat. Das Ziel war aber bei diesem Spiel Komplexität ohne kompliziert zu sein zu erreichen. Das heißt, man spielt die vier Phasen, arbeitet die Punkte nacheinander ab und in der Regel jeder, der einmal alle vier Phasen gespielt hat, ist ready to go. Und dann hat einer quasi die Siegbedingungen erfüllt und der hat gewonnen. Genau. Das heißt, wenn ich beispielsweise sage, ich habe jetzt hier die Revolution ausgelöst, habe dann entsprechend im Parlament mich zweimal als Kanzler wählen lassen, dann sage ich so, ich habe jetzt zwei Kanzlerwahl-Token, die sind hier als Wahlsieg getitelt. Und wenn ich zwei Wahlsiege habe, kann ich sagen, so, ich habe die Kanzlerschaft in der Hand, peng, ich habe jetzt gewonnen. Ah, und dann sofort zack zu verändern. Es ist aber halt auch so, dass jede Siegbedingung in einer anderen Krise, nicht Krise, sondern Phase getriggert werden kann. In der Konfliktphase kann ich natürlich mit Krieg gewinnen. Dadurch, dass die Konfliktphase zuerst kommt, heißt es, der Krieg ist der schnellste Sieg. Macht ja auch Sinn, weil mit Gewalt kann ich im Zweifel auch einen demokratischen Prozess aufhalten. Auf der anderen Seite, wenn ich versuche mit Geld zu gewinnen, weil ich sage, ich mache den ökonomischen Sieg und kaufe mich einfach ein in den sogenannten Geldadel, dann mache ich das natürlich in der Offertenphase. Auf der anderen Seite, wenn ich im Parlament zum Diktator gewählt werden möchte, mache ich das natürlich im Parlament und so weiter. Also man muss schon den richtigen Zeitpunkt auch abwarten und so, ne? Es geht wirklich darum, sich zu überlegen, welchen Weg gehe ich und welche Spielsituationen stellt sich mir dar und wie nutze ich die maximal aus. Also es ist auf jeden Fall auch ein hoher Wiederspielreis, weil es ja auch immer irgendwie anders ist, ne? Auf jeden Fall. Jede Runde ist völlig einzigartig. Das liegt auch daran, weil jede Runde völlig einzigartige Würdenträger mit ins Spiel kommen. Das sind die Charaktere aus dem Buch. Es gibt hier 16 in der Zahl und jeder von ihnen bildet auch nochmal eine eigene Spielstattage und einen eigenen Weg zu gewinnen beispielsweise ab. Und es ist halt auch so, dass immer nur einer von denen pro Runde versteigert wird. Es gibt aber auch noch alternative Regelwerke, wo beispielsweise jeder von vornherein mit einem anfängt. Oder wo man vielleicht sagt, wir beginnen von vornherein mit Krieg. Also auch hier durch verschiedene Szenarien Wiederspielwert ohne Ende. Und dann haben wir ja vorhin schon ein bisschen geplaudert, das Pariah-Deck ist ja auch irgendwie cool gemacht, ne? Ja, es ist so, dass wenn ich meinem Gegenspieler schade und ihm Siegbedingungen abnehme, ich habe ja nur 5 an der Zahl. Irgendwann habe ich ja keine mehr und dann stellt man sich die Frage, was passiert jetzt? Player Elimination? Auf keinen Fall. Wir wollen, dass alle weiter dabei sind und dann darf ich, wenn ich keine Siegbedingungen mehr in der Hand habe, eine Sondersiegbedingung aus dem Pariah-Deck ziehen. Das Pariah-Deck sieht ja schon recht düster aus. Das sind quasi die letzten Optionen, die mir üblich bleiben, wenn ich wirklich verzweifelt bin. Wenn ich halt wirklich sage, okay, ich brenne die ganze Welt jetzt nieder, um zu gewinnen. Oder ich stehle einem anderen Spieler einfach all seine Siegbedingungen. Oder ich versuche einfach alle Spiele auch nur Siegbedingungen zu bringen, dann habe ich gewonnen. Also wirklich die ganz bösartigen Sachen, die man quasi tut, wenn man keine Legitimität hat und sich halt wirklich in die Unterwelt begibt, das haben wir quasi im Pariah-Deck. Ja und vor allen Dingen ist auch ein bisschen ein Überraschungsmoment, du da. Man weiß ja gar nicht, was kommt jetzt. Was hat der andere jetzt gezogen? Definitiv. Es ist vor allem auch eine Comeback-Möglichkeit. Wenn jemand, der fünf Siegbedingungen verliert, der hat ja vorher richtig einen in die Fresse gekriegt. Und sich dann rächen zu dürfen, glaube ich, das ist ein gutes Gefühl. Ja. Also ein fieses Spiel. Dieses Spiel strotzt vor Grausamkeit, Unethik und Brutalität. Weil es ist im Grunde genommen so ein Stück weit eine sehr, sehr radikalisierte Abbildung unserer realen Welt. Was man vielleicht beispielsweise sagen kann, es gibt auch sogenannte Feldkarten, da würde ich gerne noch eine zeigen. Eine der Feldkarten tagesaktuell ist die sogenannte Syncrenite Pipeline. Denn in Avador, wo es viel Syncrenite gibt, aber im Tykes, wo die Industrialisierung quasi der Syncrenite verbraucht, ist es natürlich wichtig, dass ich da dran komme. Aber wenn ich in der Konfliktphase die Syncrenite Pipeline besetze, habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, mache ich den Hahn auf, mache ich den Hahn zu. Kennen wir von einem gewissen Autokraten aus dem ersten. Ja, genau. Leider nicht spaßig, aber im Spiel ist es gut umgesetzt. Das ist wichtig. Es ging halt einfach darum, mit dem Spiel auch auf diese ganzen Dinge und Abhängigkeiten mal hinzuweisen. Ich denke, das gelingt euch auf jeden Fall gut. Dankeschön. Und das Ganze wird auf Kickstarter laufen? Genau. In Q1 wollen wir, also Q124 wollen wir auf Kickstarter gehen, um dann halt entsprechend die Finanzierung dafür reinzukriegen. Und was wir jetzt hier auf der Messe machen, ist halt quasi den Prototyp mal an den Leuten testen. Ah ja. Und wie ist bisher so das Feedback? Das Feedback ist wirklich wunderbar, was auch einfach daran liegt, dass, glaube ich, die ganze Welt, die ja auch auf einem Buch aufgebaut ist, durch ihre Tiefgründigkeit überzeugt. Und auf der anderen Seite aber auch die Vielfalt an Möglichkeiten, die aber gleichzeitig nicht überfordern, glaube ich, als etwas ist, was auch sehr vielen Leuten Spaß macht. Das Ganze sieht ja eigentlich schon fast fertig aus. Wird da noch irgendwas anders werden? Es kann durchaus passieren, dass wir beispielsweise die Ressourcenboards, die man hier sieht, dass wir die gegebenenfalls ersetzen durch Geldscheine und dann vielleicht auch noch entsprechende Token für die jeweiligen Ressourcen. Vielleicht auch Double Layer oder so? Das kann durchaus auch sein. Es wird aber auf jeden Fall auch eine Standard- und eine Deluxe Edition geben, weil wir einerseits natürlich jedem die Möglichkeit geben wollen, das Spiel zu erwerben. Aber jeder, der sagt, ich möchte vielleicht auch irgendwelche Pokerchips oder dergleichen haben, natürlich nicht hier diese Prototyp-Pokerchips, sondern was Vernünftiges. Den geben wir natürlich auch die Möglichkeit. Ja. Habt ihr euch schon Kreise überlegt? Das ist noch eine Sache der Kalkulation. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant und macht auch optisch echt was her, ne? Das freut uns sehr. Alle Antworten zu dem Spiel findet ihr auf Syncrenight.de, steht hier glaube ich auch im Hintergrund. Genau. Ansonsten habt ihr es sicherlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Wir würden uns total freuen, wenn ihr dabei seid, auch beim Kickstarter. Auf jeden Fall Frau Merken. So und das Ganze ist ja angelehnt an deinem Buch und das hast du mir gerade eröffnet, das hast du selber geschrieben, ne? Genau. Das Buch hatte ich in meiner Jugend geschrieben, 2013 hatte ich damit begonnen und es hat sich dann über die Jahre entwickelt. Und tatsächlich haben wir dann auch 2015 die erste fertige Version gehabt. Die ging dann auch mal ein bisschen rum. Aber spannend wurde es, als wir das Buch durch Augmented Reality erweitert haben. Wir haben halt gesagt, wir visualisieren das Ding und nutzen diese innovativen Digitaltechnologien, um der Welt halt wirklich real werden zu lassen. Wir haben ja 3D-Objekte auf das Buch drauf produziert. Jetzt beispielsweise so ein Prototypen, da ist die Weltkarte, da stecken so Flaggen da drin. Die Flaggen, die wählen kann ich anklicken, kann ich mich in die ganze Hintergrundgeschichte einlesen. Das ist glaube ich quasi das Lexikon, das hinten an dem Buch normalerweise als anderen dran ist, quasi an die Punkte platziert, wo es relevant ist. Damit haben wir unter anderem auch den Sonderpreis der Innovation der Leipziger Buchmesse 2019 gewonnen, wurden als Kultur- und Kreativpiloten des Bundes nominiert. Und 2022, weil ich dieses ganze Thema Kombination von analog und digital vorantreibe, wobei ich aber auch immer sage, die Mehrwerte von beiden müssen definitiv herausgestellt werden, weil das analoge hat ja auch was sehr Schönes. Dafür wurden wir unter anderem auch als Top 10 Start-up vom Potential Accelerator des Bundes, wie heißt das, dem Verein des Deutschen Buchhandels. Das jetzt mal dreimal hintereinander, ne, sagen. Nein, nein, versuch's nicht. Lieber nicht, lieber nicht. Das Buch kann man ganz normal im Buchhandel auch kaufen, oder? Das Buch ist tatsächlich aktuell nicht mehr am Markt, weil es überarbeitet wird und angepasst wird auf die Änderungen, die halt auch noch mit dem Brettspiel dabei sind. Es kam auch noch viel Content hinzu. Aber prinzipiell, das Ganze hat wirklich eine Vorgeschichte von 10 Jahren, die in epischer Breite übrigens auch auf der Webseite zu lesen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, steckt viel Arbeit drin. Deswegen, wenn ihr bei Kickstarter dabei seid und das vielleicht auch... Das Buch kannst du als Dreadschool anbieten oder so? Das war eine Idee gewesen. Achso, ja, siehste. Also, wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf etwas, was mit ganz viel Liebe gemacht ist, wo ganz viel Details drin sind, wo wirklich auch alles zusammenhängt, wo jedes Zitat, wo jede Karte irgendwie auch im Buch vorkommt oder dergleichen indirekt als Handlung, melde durch. Seid dabei. Ich freue mich. Dann nochmal vielen Dank. Sehr gerne. Und dann auf jeden Fall weiter viel Erfolg mit dem Projekt. Dankeschön. So, wenn ihr jetzt ein bisschen Indiana Jones Feeling haben wollt und auch sehen wollt, dann seid ihr hier bei mich richtig bei dem Marcel. Hi Marcel, wie geht's dir hier erstmal? Hi, super. Wir sind zwei Tage hier. Es ist fantastisch und überwältigend, wie toll und freundlich die Community hier ist und wie viel Begeisterung wir mit unserem Prototypen hier wecken konnten. Allein schon alles selbst gebastelt, aber die Leute finden das Thema geil. Und ihr seht es ja jetzt auch, wir haben thematisch den Urwald nach Hause gebracht, ihr seid in einem Dungeon Crawler kooperativ. Wie heißt das hier? Das heißt Maya ko. Weil ihr seid Mayas und arbeitet kooperativ mit vielen Farben, Color. Weil hier im Unterschied zu anderen Dungeon Crawlern sammelt ihr die ganze Zeit bunte Steinchen. Und die bunten Steinchen, die ihr sammelt in eurer Hand, die triggern dann ganz viele verschiedene Aktionen. Ihr könnt damit laufen, also euch bewegen, ihr könnt angreifen, ihr könnt Items erstellen, Items nutzen. Und das alles mit diesen Steinchen. Ihr müsst also nicht stundenlang irgendwie jetzt Truhen durchsuchen und nach vier Stunden findet ihr endlich mal dieses Schild, was ihr braucht. Sondern ihr könnt ab Sekunde eins sagen, ich habe die Ressourcen. Es ist ein großes Ressourcen-Management-Spiel und dann könnt ihr loslegen. Ihr seid komplett frei in dem, was ihr tut und könnt euch in jede Richtung entwickeln und zusammen versuchen euch dem großen Endboss zu erwehren. Ach so, also ein kooperatives Spiel? Ja, kooperativ. Ihr versucht zusammen zu sagen, also ihr kennt den Endboss schon, ihr wisst, oh das ist ein großer Donnergott, wir müssen auf den Berg klettern. Und dort oben brauchen wir Fernkampfwaffen und wir müssen klettern können, wir müssen geschickt werden. Was müssen wir tun? Wie ist unser Plan? Und dann startet man und überlegt zusammen, okay, wo geht die Reise hin? Wer macht was? Und man kann ab Sekunde eins sagen, okay, ich brauche die Steine, ich brauche die Steine. Man kann sich die Steine zuschieben und damit dann, wie gesagt, alle möglichen Aktionen triggern, die notwendig sind, um den eigenen individuellen Plan in die Tat umzusetzen. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Wie sieht ein Spielzug so aus? Ein Spielzug so aus, es starten erst alle Mayas. Man kann durcheinander spielen, es gibt keinen Startreinspieler, sondern jemand, der sagt, ey, ich habe eine geile Idee, ich will das und das machen. Der fängt an, dann macht der nächste und man kann dann seinen eigenen Zug ganz am Ende beenden. Und ein Zug sieht so aus, man darf zwei Dinge machen, man darf zum Beispiel einfach seine Figur hier bewegen, nach links, rechts. Und so eine Bewegung, ich kann es ganz kurz mal zeigen, in einer Sekunde. Ihr habt hier diese Steinchen und wenn ihr sagt, okay, das ist meine Figur, die hat hier so eine Richtungsbasis, wenn die Richtung weiß gehen soll, dann bezahlt ihr einen weißen Stein aus der Hand und dann läuft die Figur Richtung weiß. Und wenn ihr einen schwarzen bezahlt, läuft sie Richtung schwarz. Und wenn ihr sagt, das waren jetzt zwei Züge, da kann ich ja gar nichts mehr machen, dann kannst du auch sagen, okay, alles zurück. Ich werde einfach gleich grau mischen aus meiner Hand und mit grau laufe ich hier und kann meinen zweiten Zug nutzen, um zum Beispiel diesen Stein zu extrahieren, noch mehr Ressourcen zu gewinnen, meine Hand größer werden zu lassen. Mir steht die Welt offen. So geht's. Ja, deine Begeisterung ist wirklich ansteckend. Ich hätte jetzt auch Lust, das zu spielen. Ja, es ist auch, alle Leute, die hier waren, haben das wirklich gefeiert. Die Thematik ist von vielen als richtig angenehm empfunden worden. Und die Mechanik ist halt so geil abgeschlossen und so intuitiv auch und sie macht halt Spaß, weil du kannst richtig schön planen, es ist nicht glücksabhängig. Es ist doch ein Experten-Spiel oder gehobenes Scanner-Niveau. Das heißt, man muss schon Bock auf Denken haben und Bock auf Leiden, weil es ist nicht einfach, aber es ist sehr, sehr süchtig machen, weil immer wieder neue Kampagnen, neue Charaktere, neue Untergründe, Untergründe. Jetzt auch Fallen, so wie das mal ja schon so ist. Ja, man kann selber Fallen bauen, um die Kreaturen reinzulocken. Man muss Berge erklimmen, das heißt, das hier ist alles stackbar. Man kann hier wunderschön einfach nach oben bauen und dann muss man, also auch 3D-mäßig kann man sich richtig schön Kopfkino vorstellen, wie ich den Berg erklimme. Das ist der Plan und jetzt hoffen wir, dass wir das schnell produziert bekommen, damit das wirklich jeder daheim spielen kann und so ein teuer Feeling daheim hat. Wie wollt ihr das machen? Wollt ihr das selber produzieren oder sucht den Verlag? Das wissen wir noch nicht. Verlag oder wahrscheinlich Kickstarter, wir haben keine Ahnung, wir sind eigentlich hergekommen, um Antworten zu kriegen auf die Fragen, wie man das machen kann. Jetzt hat man noch mehr Fragen, ne? Aber auch Antworten. Wir haben viele tolle Leute kennengelernt hier, die sagen, ey, wir haben das schon gemacht, das sieht total schön aus, lass uns das in die Hand nehmen. Und deswegen sind wir in guter Hoffnung, dass das zeitnah wirklich auch spruchreif wird und wir dann das wirklich in Produktion kriegen. Ja, und was sind das für Figuren? Das sind 3D-ausgedruckte Figuren, die hier auf dem Board zu bewegen sind und das sind nochmal quasi unsere großen Vorzeigefiguren, um die Thematik so ein bisschen beim Vorbeigehen gleich, damit die in das Auge sticht. Ja, cool. Finde ich spinne ja sehr gut. Ist jetzt so groß für mein Geschmack, aber... Ja, aber die sollen ja auch Angst machen. Genau. Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Erfolg. Wir hören oder sehen uns, denke ich mal, hoffe ich mal. Genau. Viel Erfolg weiterhin, ne? Dankeschön. So, jetzt stehe ich hier bei dem Thomas und ihr habt hier auch ein interessantes Spiel mitgebracht. Was ist das? Ja, das ist Nidip in Hexes. Nidip in Hexes ist ein One-on-One-Skirmisher-Game, Strategiespiel. Das bedeutet, zwei Fraktionen streiten sich um einen Wüstenplaneten, streiten sich um Ressourcen, bauen Panzerarmeen auf und zerstören das Hauptquartier des Gegners in der Wirklichkeit, um das Spiel zu gewinnen. Oder schießen so viele Einheiten wie möglich des Gegners auf den Strapyard, also quasi auf den Schrotthaufen. Genau. Das erinnert an die glorreichen Zeiten der 90er Jahre, RTS-Games, weiß man sowas gezockt hat, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht mit Command & Conquer, Starcraft etc. Also ich kenne sie, aber ich habe sie jetzt nicht gespielt. Okay. Ist aber auch gar keine Grundvoraussetzung für das Game, das Game erklärt sich eigentlich fast schon von selbst. Total schlankes Game Design erstmal, Einheiten, drei Stück, drei Gebäude, das ist erstmal symmetrisch. Die Asymmetrie kommt dazu, indem man eine der beiden Fraktionen wählt. Die Fraktionen bestehen aus Commander, General, Tech und Trickster. Das sind quasi die vier Companions, aus denen sucht man sich zwei raus, die kommen dann mit einzigartigen Karten, die man zusammen mischt. Dann hat man ein eigenes Deck, da kommen noch ein paar neutrale Kampf- und Action-Cards dazu und fertig ist das Deck. Und das ist quasi der entscheidende Moment und dann geht die Action halt los auf dem Spielfeld. Es ist aber nicht so, dass man einfach nur rushen kann, sondern der Twist des Spiels ist, ja man sagt am Ende des Zuges an, da will ich hin, das will ich angreifen. Aber dann passiert es nicht, sondern erst am Ende des gegnerischen Zuges. Der Gegner hat also quasi, oder die Gegnerin hat noch komplett den ganzen Zug Zeit, um sich halt irgendwie über zu überlegen, wie komme ich aus der ganzen Geschichte raus. Und ja, lernt sich einfach, ist aber schwer zu meistern, wie es so schön heißt. Und das Ganze ist ein Zwei-Personen-Spiel? Ausschließlich zwei Personen. Ist quasi angelegt als klassisches 20 bis 60 Minuten Turnier-Game. Und wenn dann einer eliminiert ist, hat der andere gewonnen? Exakt, so ist es. Und das Ganze sehe ich auch hier, kommt auf Kickstarter bald, ne? Oh ja, kommt auf Kickstarter, richtig. Frühjahr 2024, so dieses Februar, das peinen wir an, genau. Wollt ihr noch irgendwas verändern? Ist das jetzt schon... Ja, das Brett-Design wird noch ein bisschen angepasst, es gibt noch immer Designanpassungen in den Karten, aber ansonsten sind wir schon ziemlich auf einem guten Weg. Und entwickeln gerade eben zusätzliche Fraktionen, zusätzliche Einheiten, etc. Also den ganzen Kram. Und vom Spielablauf her, wie sieht so ein Spielzug aus? Ein Spielzug sieht aus, du powerst erstmal ab, also kriegst deine Ressourcen. Das ändert sich natürlich je nachdem wie viele Extraktoren du gebaut hast, die quasi Ressourcen ziehen. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Je nachdem was für Ressourcen hast, entscheidet das darüber, was du im Spielzug machen kannst. Je mehr Material du hast, umso mehr Einheiten kannst du bauen, umso mehr Gebäude kannst du bauen, je mehr Energy du hast, umso mehr kannst du deine Einheiten quasi übers Feld bewegen. Material kannst du auch dazu einsetzen, um deine Handkarten auszuspielen, also Action-Cards in dem Falle auszuspielen und halt dir besondere Vorteile zu verschaffen. Also nochmal, quasi Runde sieht aus, ziehst eine Karte, powerst ab, bewegst deine Einheiten, baust deine Einheiten, ziehst die rüber zu deinem Gegner, deklarierst deine Warzone, wo du quasi am Ende des Zuges deines Gegners angreifen willst, fertig ist der Zug. Ja, also wie du schon gesagt hast, es klingt jetzt nicht so schwierig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht so einfach zu schaffen ist. Wäre ja auch langweilig, wenn es dann einfach wäre. Ja, wenn es so einfach wäre, nein, also dafür geht es einfach viel zu knietief in Strategie. Ja, das ist schon so. Man sollte sich gut überlegen, was man macht. Aber ansonsten, das Spielmachten ja selber soll auch dann dabei sein. Sie meint die Trace und so? Klar, das Ding ist einfach so, du wirst das, also man will ja nicht lange aufbauen und so weiter und so fort. Ja, genau. Also die Teile holst du aus einer quasi Standardboxgröße, holst du die Teile raus, das ist gestackt. Dann nimmst du die Teile raus, stellst dich auf den Tisch, misch die Karten oder sammelst kurz eben die Karten zusammen. Und nach 30 Sekunden sollst du eigentlich Spiel fertig sein, wenn du langsam bist. Okay. Also 15 bis 20 Sekunden. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, auf jeden Fall. Und Februar Kickstarter, ist hier schon was zu dem Preis? Wir, also sagen wir mal so, es ist schwer zu sagen, ist natürlich irgendwie, ne. Aber ich denke mal, dass wir so bei around about 60, 70 Euro liegen werden, denke ich schon. Aber es sind so viele Unbewegbarkeiten. Pamela, es ist so schwer. Es ist so schwer. Es kann sich natürlich noch ändern. Aber wir probieren es ungefähr da zu machen. Wenn man jetzt nicht hier ist, kann man das noch woanders nicht angucken oder auch testen? Ja klar. Oh mein Gott. Wir machen die ganze Zeit. Wir sind quasi auf Turnier-Turnier. Ah, okay. Wir sind demnächst irgendwann in Kleve. Wir machen ein Turnier in Köln. Wir wollten, glaube ich, eins irgendwann auch in Hannover machen. Wir sind natürlich auf der Essen-Spiel. Mal gucken, ob wir auch noch Leipzig fahren. Kann sein. Muss nicht. Mal schauen. Also wir nehmen eigentlich alles mit, was auf dem Weg liegt. Und vor allen Dingen Turniere. Darf man Werbung machen? Ja klar. Für c5am-games auf Instagram. Da kann man sich am besten informieren. Ansonsten findet man alle Informationen auf BGG BoardGameGeek. Ist ja klar. Ja. Ja super. Wir wünschen euch viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, ich hab zu danken. Ich hab zu danken. Ja, viel Erfolg bei euch. Danke schön. Viel Spaß.